It's poppin' off like a champagne bottle Oh, 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 oh Superhandle Was ich da einfach mach? Oh man, den Winter ist voll Da muss Wasser rein, Alter Da musst du luften Boah, ey Wer hat das ge... Ach so, Moment, stopp Okay, ich hab nichts gesagt Oh, Leute, das geht nicht Okay, ich hab nichts gemacht Tim, du bist so arschig Ja, Alter, da musst du luften Alter, jetzt langsam reicht's Nee Reicht erst, wenn du das sagst Tanja, trink dir einfach aus Na klar, warum nicht? Ich war nicht auf volle Sinventor Alter, wir haben bei Yu Yuventor Ja, wie wär's, wenn wir mal ausleuchten? Und können wir mal schlafen gehen? Nein, zum Teufel nochmal gleich Wozu bräuchte's das nochmal jetzt? Können wir nicht einfach mal Time Day machen? Nö Das wär cheat Einer geht schlafen und dann Time Day Das wär kein Cheaten Das wär ausnutzen von Minecraft-Befehlen Trotzdem nicht Genau Alter, Mann Aber Muss luften Alter Das war wirklich langsam reicht, oder? Nein Noch lange nicht Muss luften Oh, ist das geil Muss luften Muss luften Muss luften Ich glaub mal, ihr wisst ja nicht mal was lüften ist, oder? Muss luften Das verstehst du nicht, Nadine Das müssen wir dir erst erklären Gibt's eigentlich auch Spinnenköpfe? Bestimmt So, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, ihr solltet das auch sein, können wir schlafen gehen Muss luften Jawohl Ja, nachher schlafen muss geluftet werden Wie lang dauert denn die Scheiße ohne Spaß, ey? Ohne Spasti? Muss luften Daniel Du hast genau noch 10 Sekunden, dann hau ich wieder ab Nee, komm Komm Tim, du mal oben für mich ein Dinges öffnen Okay, warte Komm Von oben Da Näher rechts Daniel Hier Oh So Wir sind da Loll Hinter dir 10, 9, 8 87 7, 6 5 7 8 Vor allem Vor allem das 87, ne? Ja Jawohl Der Fluch Der Kopf Ich Türen benutzen das Vollarm Vor allem der ist nicht mal am Händen, dir Ja Ich hab den Türen schon abgebaut Ja Die sind schon nicht mehr vor Ort Ja, ey Reicht eigentlich die Reicht eigentlich nicht aus dem Scrap reinpacken? Nee Du musst luften Haha Ja, muss luften Tim, du musst jetzt dein Dein Zimmer luften Wir haben geschlafen Jo Muss luft Sorry Daniel, Alter, darüber kann man sich einfach nur luften Ja, das tut uns echt sehr leid Mir tut's nicht leid Mir tut sowas einfach nicht leid, Alter Flor, ich verstehe nicht wie dir sowas leid tun kann Sowas kann mir gar nicht leid, sowas einfach viel zu witzig ist Hahaha Rage Warte, macht der Öl? Ja Loll Können wir denn Öleimer machen? Was? Ne, ich brauch zuerst das Kerosin oder was? Was? Kerosin, Alter Ja, ja, dann hol du mal Kerosin Das macht kein Öl Das macht kein Öl Das macht was anderes Kerosin? Ja, Kerosin Du weißt aber, dass es hier gar keine Kerosin gibt, so Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau wie das heißt, das heißt, Moment Kerosin Kerosin Das ist das Gleiche Options Langeuage Moment Rasswee Brach Rasswee Brach Rasswee Brach Oh, das passt und das nervt Ja, aber macht doch mal deine Tür zu oder so Darf ich nicht Ich bin jetzt hier gekommen. Muss luften. Muss luften. Ich kann aber ein anderes... Ich kann ihn nicht entschossen. Ach, wisst ihr was? Fickt euch. Moment. Aber Daniel muss luften. Ja, Daniel muss erstmal luften. Jetzt wird das nichts. Ihr seht euch mal. Aber muss luften. Hahahaha. Mir ist aber egal ob ihr Echoes hört oder nicht. Welche Echoes? Aber muss luften. Oh mein Gott. Ohne Spaß, darüber kann man sich eigentlich nur lustig machen. Es tut uns wirklich sehr leid. Alter, ich glaube da mit den Dingen, mit den Öfen, Öfen sage ich, mit den Schienen wird ein bisschen dauern. Ja, das merke ich schon. Du weißt, was ich damit meine? Du siehst. Deine Hilfe hat abgehackt. Warum bin ich abgehackt? Weiß ich auch nicht. Weil du scheiße schön und hässlich bist. Da unten liegt's, wenn du's willst. Okay, dann halt nicht. Da unten liegt's. Ich hab Koks. Er hat Koks gefunden. Er hat Koks gefunden. Wir haben auch Koks. In unserer Tour. Voll geil das Zeug. Keine Ahnung, damit kannst du Drogen bauen. Braun. Ich kann mal kurz gucken. Gib mir mal so einen Koks. Also ich komm eben zu dir. Komm her. Jetzt ist schon zu spät. Ich hab's nicht. Ich musste in der Kiste gucken. In welcher? In der Koks Kiste. Es gibt ne Koks Kiste. Ich muss da noch Weed reinmachen. Da fahrt nur ein Koks. Ne, es ist aber Coal Coke. Achso. Äh, wie sieht's aus, wenn wir noch ein paar Bienen züchten? Und ein paar was? Ah, das ist beide auf Deutsch? Ja. Ähm, Coal Coke. Kannst du Fuel machen? Okay, sonst hab ich's keine Ahnung. Tu mal ein Schaf töten. Na, ja. Weil du seinen Status einfach scherst? Nein, er bringt's um. Ja. Ich glaube, warum nicht? Ich bin Daniel. Ja. Deine Intelligenz ist manchmal zu wünschen übrig. Daniel, gleich haben müssen jetzt die Ju-Ju-Meta. Was sei das denn, Daniel? Ich weiß nicht. Nein, ich hab's ganz genau gesehen und auf Video. Und das baust du jetzt schön wieder hin. Ach, Tim, hast mir ne Blume da gelassen in der Erdekiste. Das ist ja nett von dir. Ich wollte dir nicht alles klauen. Ach. So. Also ne, wir haben jetzt keine Erde mehr, so. Ja, doch. Wir haben wieder drei und 23 oder sowas. Ja. Kann ich ja auch noch vom Baum. Nein. Wofür brauchst du Erde, Alter? Ja, weiß ich nicht. Einfach zum Haben. Gib dir auch ne Blume. Nein. Ich gib dir auch zwei Blumen. Nein, ich finde das trotzdem nicht fair. Äh, brauchst du Stone Slaps? Daniel? Kriegst du jetzt zwei, dann haben wir auch zwei Schläge. Dann ist der aber tot. Nein, ist er nicht, er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. Hast du irgendwie geraubt? Und der ist geschehen! Der Unterschied zwischen Marben und Marben ist noch nicht gestorben. Drum singen wir das Lied so laut, es geht zwei, drei, vier. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Lebt denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, er lebt noch, er lebt noch, stirbt nicht. Alter. Was denn? Gut, dass der Chat nicht zugespampt wurde von irgendeinem Bekloppten. Ich weiß sogar, ich glaube ich weiß sogar wer der Bekloppte war. Also ich kann mir da keinen drunter vorstellen. Nicht? Nein. Ungefähr dein Alter. Da bin ich noch ein Juju-Meter. Wir brauchen die, äh, um zwei komplette Quanzerbrüstungen zu machen. Was? Ich glaube, wie viele haben wir? Ja, keine Ahnung, bisschen was. Bisschen was. Wir brauchen 40 pro Hose. Ja, ich hab jetzt ein paar Bienen. Bienen? Fuck. Ja. Das freut mich aber. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich hab eine irdene Drohne und eine irdene Prinzessin. 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 Ja. Weil du gerade geleckt hast. Ja. Weil du gerade geleckt hast. Weil du gerade geleckt hast. So. Leckt. Jetzt bin ich wieder am blicken. I believe I can fly. Voll abgehakt, ne? I believe I can touch the sky. Ich hab mal wieder das andere Ding ins Mikrofon ran. I believe I can jolo the sky. So. Kannst du sky-jolen? Ne, ich kann sky-jolo'n. Jolo'n? 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 Oh. Was hast du für eine schöne Spitzhacke, Daniel? Ne Diamantspitzhacke. Äh. In blau. In blau. Glaub das wohl selber nicht. Ja. Ey, was habt ihr auch vor? Was ist denn die Mausempfindlichkeit? Hier, Minecraft. Ja. Da muss ich mal schauen, weil ich hab die hier auf meine Maus eingestellt. 100%. Ich hab 50. Ich hab meine Maus nochmal runtergestellt. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht. Weil ich kann meine Maus auch nochmal hier regeln. Ja. Musst luften. Wir sind so fies. Einfach. Sind wir. Aber dann... Das war so geil. Das musst du lustig machen. Ja, es tut uns leid. Geh mal kurz... Also Tim tut's natürlich nicht leid, aber mir tut's leid. Also Tim tut's natürlich nicht leid, aber mir tut's leid. Ich muss jetzt wechseln, äh, neu laden. Du lagst. Wer ich? Ja. Du. Nein, du. Ich hör dich doch ganz genau lag. Sag, sag, sag Daniel Weiße. Ja, alle. Sag, 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 Daniel Weiße. Sag, Alter, die alle. Sag, Alter, die alle. Sag... Sag, sag, sag mal... Sag, sag, sag mal Tag, im monde ent bothered! Du? Nein. Du hast sie vielleicht nicht ausgemacht. Klar hab ich sie ausgemacht. Ich ja? Die ganze Kohle verbraucht man. Jetzt haben wir richtig viel Kohle verschwendet. Welche Kohle? What the fuck? Ich hab da Kohle reingehauen. Warum? Ja, damit's läuft. Boah Gott, bist du dämlich, Alter. So. Nein. Hoffentlich hast du nicht unsere Kohle aus der Diamantkiste reingehauen. Nein, hab ich auch nicht. Lass mal schlafen gehen. So, jetzt ist unser Truhenhaus eigentlich komplett fertig. Da kann man jetzt auch Sachen verzaubern. Schlafen, los. Alles super. Los schlafen. Da, 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 da. Kommt jetzt schlafen. Ja. Ja. Nied, Nied. Da, da, Nied. Da, Nied. Da, Nied. Da. Ja, ich spreche Russisch. Ja, servut Florian. Hammer geil, was? Ich kann Russisch, das glaubste gar nicht, ha? Komm mal auf, ne? Ja. Meine Mutter musste damals Russisch lernen. Musste. Ja, in der DDR musste man. War das, äh, war Russisch ein, äh, ein Hauptfach. Was? Ja.